Ich schalte den Fernseher ein. Ich schminke mich. Mein Schlafzimmer ist ordentlich. Mein Schlafzimmer ist ordentlich. Ich entspanne mich nach der Arbeit. Der Film ist spannend. Ich trinke heißen Tee. Der Tee ist beruhigend. Ich habe Ferien im Sommer. Ich sitze an dem See. Ich sitze an dem See. Die Schränke sind voll. Die Schränke sind voll. Ich organisiere die Schränke. Ich wohne im Waldweg. Ich wohne im Waldweg. Die Hausnummer ist acht. Die Hausnummer ist acht. Mein Geschirr ist bunt. Mein Geschirr ist bunt. Ich backe Kekse für die Familie. Ich backe Kekse für die Familie. Die Kekse duften herrlich. Mein Kühlschrank hat viele Fächer. Mein Kühlschrank hat viele Fächer. Das Gemüsefach ist frisch. Das Gemüsefach ist frisch. Ich laufe zum Fluss. Ich fahre zur Schule. Ich fahre zur Schule. Die Fernbedienung liegt auf dem Tisch. Ich sehe eine Komödie. Ich röste Brot für das Frühstück. Mein Wasserkocher ist schnell. Mein Wasserkocher ist schnell. Ich koche Wasser für Tee. Mein Wohnzimmer ist geräumig. Mein Wohnzimmer ist geräumig. Die Bilder an der Wand sind schön. Die Bilder an der Wand sind schön. Mein Sofa hat Kissen. Mein Sofa hat Kissen. Mein Sofa hat Kissen. Nahtmastraße 75 Mein Esstisch ist aus Holz. Mein Esstisch ist aus Holz. Die Teekanne ist aus Porzellan. Mein Herd hat vier Kochplatten. Ich koche Suppe für kalte Tage. Mein Topf ist aus Edelstahl. Ich koche Nudeln mit Soße. Ich schäle Kartoffeln für Kartoffelsalat. Der Salat ist erfrischend. Mein Weinglas ist aus Kristall. Ich schenke Rotwein ein. Der Wein hat einen vollen Geschmack. Mein Besteck ist aus Silber. Mein Besteck ist aus Silber. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich esse Suppe mit einem Löffel. Ich esse Suppe mit einem Löffel. Die Suppe ist heiß. Die Suppe ist heiß. Mein Teller ist leer. Mein Teller ist leer. Ich trinke Wasser aus einem Glas. Ich trinke Wasser aus einem Glas. Das Wasser ist erfrischend. Ich mähe nie den Rasen. Ich schwimme selten im tiefen Wasser. Mein Badezimmer ist modern. Ich dusche morgens. Ich dusche morgens. Das Duschgel riecht gut. Mein Spiegel ist beleuchtet. Mein Kleiderschrank ist gut organisiert. Mein Kleiderschrank ist gut organisiert. Mein Anzug ist elegant. Ich sitze oft auf dem Fußboden. Ich sitze oft auf dem Fußboden. Ich laufe fast immer 5 Kilometer. Ich laufe fast immer 5 Kilometer. Mein Fernseher hat einen großen Bildschirm. Mein Schreibtisch ist aufgeräumt. Mein Schreibtisch ist aufgeräumt. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Der Kaffee ist heiß. Mein Telefon ist praktisch. Mein Telefon ist praktisch. Die Gespräche sind wichtig. Die Gespräche sind wichtig. Ich lese gerne Bücher. Ich lese gerne Bücher. Mein Sofa ist gemütlich. Mein Sofa ist gemütlich. Ich lese Romane. Mein Bücherregal ist hoch. Mein Bücherregal ist hoch. Ich organisiere die Bücher. Ich organisiere die Bücher. Mein Sofa hat bunte Kissen. Mein Sofa hat bunte Kissen. Die Kissen sind weich. Ich schlafe ein. Ich schlafe ein. Die Sonne geht auf. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Die Welt ist bunt. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Mein Sofa ist aus Leder. Mein Sofa ist aus Leder. Ich gehe gern spazieren. Mein Esstisch ist aus Glas. Mein Esstisch ist aus Glas. Ich lege Tischdecken auf. Die Kerzen sind angezündet. Die Kerzen sind angezündet. Mein Fernseher ist an der Wand montiert. Mein Fernseher ist an der Wand montiert. Ich schaue Serien. Ich schaue Serien. Die Serien sind spannend. Die Tassen sind zart. Die Tassen sind zart. Das Essen duftet herrlich. Die Getränke sind erfrischend. Ich schalte den Fernseher ein. Ich schalte den Fernseher ein. Ich schminke mich. Mein Schlafzimmer ist ordentlich. Mein Schlafzimmer ist ordentlich. Ich entspanne mich nach der Arbeit. Der Film ist spannend. Ich trinke heißen Tee. Der Tee ist beruhigend. Ich habe Ferien im Sommer. Ich habe Ferien im Sommer. Ich sitze an dem See. Die Schränke sind voll. Die Schränke sind voll. Ich organisiere die Schränke. Ich organisiere die Schränke. Ich wohne im Waldweg. Ich wohne im Waldweg. Die Hausnummer ist acht. Mein Geschirr ist bunt. Mein Geschirr ist bunt. Ich backe Kekse für die Familie. Ich backe Kekse für die Familie. Die Kekse duften herrlich. Mein Kühlschrank hat viele Fächer. Mein Kühlschrank hat viele Fächer. Das Gemüsefach ist frisch. Das Gemüsefach ist frisch. Ich laufe zum Fluss. Ich laufe zum Fluss. Ich fahre zur Schule. Ich fahre zur Schule. Die Fernbedienung liegt auf dem Tisch. Ich röste Brot für das Frühstück. Ich röste Brot für das Frühstück. Mein Wasserkocher ist schnell. Ich koche Wasser für Tee. Ich koche Wasser für Tee. Mein Wohnzimmer ist geräumig. Mein Wohnzimmer ist geräumig. Die Bilder an der Wand sind schön. Die Bilder an der Wand sind schön. Mein Sofa hat Kissen. Mein Sofa hat Kissen. Mein Wohnzimmer ist geräumig. Ich dekoriere das Zimmer. Ich dekoriere das Zimmer. Ich wohne in der Hafenstraße 75. Ich wohne in der Hafenstraße 75. Mein Esstisch ist aus Holz. Mein Esstisch ist aus Holz. Die Teekanne ist aus Porzellan. Die Teekanne ist aus Porzellan. Mein Herd hat vier Kochplatten. Mein Herd hat vier Kochplatten. Ich koche Suppe für kalte Tage. Ich koche Suppe für kalte Tage. Mein Topf ist aus Edelstahl. Mein Topf ist aus Edelstahl. Ich koche Nudeln mit Soße. Ich koche Nudeln mit Soße. Ich schäle Kartoffeln für Kartoffelsalat. Ich schäle Kartoffeln für Kartoffelsalat. Der Salat ist erfrischend. Der Salat ist erfrischend. Mein Weinglas ist aus Kristall. Mein Weinglas ist aus Kristall. Ich schenke Rotwein ein. Ich schenke Rotwein ein. Der Wein hat einen vollen Geschmack. Mein Besteck ist aus Silber. Mein Besteck ist aus Silber. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich esse Suppe mit einem Löffel. Ich esse Suppe mit einem Löffel. Die Suppe ist heiß. Die Suppe ist heiß. Mein Teller ist leer. Mein Teller ist leer. Ich trinke Wasser aus einem Glas. Ich trinke Wasser aus einem Glas. Das Wasser ist erfrischend. Das Wasser ist erfrischend. Ich mähe nie den Rasen. Ich schwimme selten im tiefen Wasser. Mein Badezimmer ist modern. Mein Badezimmer ist modern. Ich dusche morgens. Das Duschgel riecht gut. Mein Spiegel ist beleuchtet. Mein Kleiderschrank ist gut organisiert. Mein Kleiderschrank ist gut organisiert. Mein Anzug ist elegant. Mein Anzug ist elegant. Ich sitze oft auf dem Fußboden. Ich sitze oft auf dem Fußboden. Ich laufe fast immer fünf Kilometer. Ich laufe fast immer fünf Kilometer. Mein Fernseher hat einen großen Bildschirm. Mein Schreibtisch ist aufgeräumt. Mein Schreibtisch ist aufgeräumt. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Der Kaffee ist heiß. Mein Telefon ist praktisch. Mein Telefon ist praktisch. Die Gespräche sind wichtig. Die Gespräche sind wichtig. Ich lese gerne Bücher. Ich lese gerne Bücher. Mein Sofa ist gemütlich. Mein Sofa ist gemütlich. Ich lese Romane. Ich lese Romane. Mein Bücherregal ist hoch. Mein Bücherregal ist hoch. Ich organisiere die Bücher. Mein Sofa hat bunte Kissen. Mein Sofa hat bunte Kissen. Die Kissen sind weich. Ich schlafe ein. Ich schlafe ein. Die Sonne geht auf. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Die Welt ist bunt. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Mein Sofa ist aus Leder. Ich gehe gern spazieren. Mein Esstisch ist aus Glas. Ich lege Tischdecken auf. Die Kerzen sind angezündet. Mein Fernseher ist an der Wand montiert. Ich schaue Serien. Ich schaue Serien. Die Serien sind spannend. Die Tassen sind zart. Die Tassen sind zart. Das Essen duftet herrlich. Die Getränke sind erfrischend. Die Getränke sind erfrischend. Die Getränke sind erfrischend. Die Getränke sind erfrischend. Die Getränke sind erfrischend.